Wenn ein Fernseher es noch macht, dein Handy ist kaputt, der Laptop will nicht starten, der Wasserkocher futsch, dann frag nicht, wo wir bleiben, es weiß doch jedes Kind, dass all diese Probleme von innen nicht passen. Sie nur sind, wir sind schon drin, analysiert und repariert. Sie nur sind, wir sind schon drin, analysiert und repariert. In jedem Mechanismus steht Arbeit für uns drin, weil all diese Geräte ganz unbeständig sind. Bei Nacht und auch bei Tage, wir kommen nie zu spät, wir sind das Notfallhilfe-Team, wir sind schon unterwegs. 1, 2, 3, wir sind dabei, wenn Arbeit klingt, dann sind wir klingt. 1, 2, 3, wir sind dabei, wenn Arbeit klingt, dann sind wir klingt.